Hallo Leute zu einer Folge Rocket League und heute spielen wir chaos mäßig mit Dumpy Nessie und Chris. Hallo. Hi. Oh, was war da neben? Safe. Warte, jetzt pack ich die Moves aus, nur für deine Aufnahme, weißt du? Ja genau, also gerade hat er die Moves ausgepackt mit Schüsse aus eigenem Tor. Chris, komm jetzt. Oh mein Gott. Ja, ja, pass auf, pass auf. Ach, komm schon. Oh mein Gott. Wie wir alle draufgeknödelt sind, so richtig schlecht. War auf jeden Fall ne tolle Vorlage von dir, oder? Ja, ich mach mal, gibt's nicht, nur gibt's nicht. Warte, warte, warte. Wie? Heilige Makrele. Heilige. Puh. Jetzt ist auch nicht schlecht. Wie geplant. Wie ge... Äh. Wow. Hab ich! Was tue ich? Ich dreh mich schon wieder nur. Warum hab ich eigentlich immer den gleichen Ohrwurm, wenn ich mit Josh aufnehme? Hallo, was für ein Ohrwurm. Ich hab Angst. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Ball am Himmel nicht. Ich hab den Ball. Oh Gott. Nein, drehen! Oh, ich glaub ich fahr mal nach vorne. Oh, 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 ohhhh! Oh ja, hier kommt er. Der kommt nochmal! Oh ja! Ball, Ball, Ball! Der war geil, oder? Oh, toll, toll! Ja, ich bin in der Mitte! Oh nein! So was ist doch nicht ein bisschen! Der war ein bisschen heftig. Der war ein bisschen zu weit, oder? Ja. Ein bisschen. Oh Mann, mit vier Leuten ist das so Chaos. Das... Wie kommt das doch, dass dieser Motor so heiß? Oh, ich weiß das nicht! Nein! Oh, Nessi! War eine gute Vorlage. War eine gute Vorlage. Oh Mann, ich flieg immer nur diesem Scheiß hinterher. Ja! Ich hab geholfen! Wow! Ich bin richtig gut! Ich bin die Fünffach-Noll! Oh, Nessi hat eine Vorlage! Jetzt hol ich's mir! Den Anstoß! Zehn Punkte! Bitte! Bitte! Ja! Zehn Punkte! Der Rasse trägt auch schon! Äh, äh, äh... Josh carried im Late Game. Warum spring ich? Dude, schau ab! Warum, Devil? Warum? Devil, aber ich kann das nicht! Er kann ja nicht! Alle fahren dran vorbei! Ja, ja, easy. Die warten oder... Heilige Makrele! Wow! Nein! Oh, Mann! Oh, ah! Wie froh ich bin, dass ich jetzt Heilige Makrele auch machen kann. Also, das ist... Wichtigste Chat-Emote hier überhaupt. Oh mein Gott! Ähm... Okay. Ja, darf ich mal bitte auch mal wieder zum Ball? Oh! Heilige Makrele! Nein! Wie geplant! Oh! Ja! Wie geplant! Der kommt mitte! 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 Ah, das ist ne gute Vorlage! Ja, ja, das war... Nein! 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 Oh mein Gott, das hat was schlecht funktioniert dafür! Ne, der war gut eigentlich! Habe ich! Habe ich! Habe ich! Ja, der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Toll! Der kommt! Der kommt! Richtig! Oh mein Gott! Ach Dumpy! Mensch! Ja, oh, sorry, dass ich nicht in der Reihe von 90 Sekunden reagiere! Ja, voll der Nap, ey! Report! Oh Gott! Wo spielst du hier zu weh?! Mein Buß! Äh, Aua! Ich werd drum geschlossen nur! Nein! Das soll ich übrigens auch öfter! Oh oh! Oh mein Gott! Ja, ich kann nicht halten! Ich kann... Nein! Oh! Oh fuck! Oh, Nessi! Nesser Ping! Also Nessi führt bei Ping auf jeden Fall! Immerhin! Weil der hätte ich haben müssen, sorry! Ja, ja! Ah, was soll? Ja, können wir uns noch leisten! Ah, ist schwer zu halten! Ja, ich hab den falsch getroffen, leider! Naja! Macht man nicht! Da musst du manchmal schnell reagieren! Oh, guck dir mal Flo's süße Augen an! Oh, von dem Gegner! Oh! Oh! Guck mal, Jess! Guck mal, Jess an! Oh! 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 Oh mein Gott! Outplayed! Heilige Makrele! Was ist passiert? Ich will auch Boost haben, Josh! Ich will auch Boost! Oh! Hilfe! Sorry! Habe ich! Dann ziehst du den Sternenhimmel! Oh, Chris! Oh, er hat mich getroffen! Er kommt Mitte! 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 Ja, was? Ja, er hat ihn nochmal berührt! Es tut mir leid, es tut mir leid! Heilige Makrele! Als ob den keiner berührt hat von denen! Ich warte auf Boost! Als ob den keiner berührt hat! Vorlage oder so? Warte, ich hau nochmal! Hier! Ich fahr einfach mal mit nach vorne! Wow! Ist ja Chaos! Also ist das ja egal! Ja, Torhüter brauchen wir nicht! Ja, ja! Scheiß auf Torhüter! Scheiß auf Torhüter! Oh Gott! Hast mich erschrocken! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Als ich den auch fast gemacht hätte! Christoph und ich mal gleichzeitig rollen nach hinten! Nein! Wieder neben! Oh! Ja, so muss das! Oh! Boah! Mit Josh! Oh! Oh! Der kommt! Vorlage! Vorlage! Ja, nicht für mich! Oh! Oh! Nochmal! Oh! 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 Heilige Makrele! Heilige Makrele! Wie geplant! Wie geplant! Wie geplant! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Ich darf keinen Scheiden mehr benutzen! Der eine rastet voll aus, ey! Der Devil! Der Devil ist richtig am Eskalation! Was heißt eigentlich Fritz? Fritz! Fritz! Aua! 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 Das tut weh! Aua! Da kommt ein Ball! Über alle Gegner! Aua! 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 Du hast ihn geblockt, Josh! Nein! 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 Das kann gar nicht sein! Nein! Oh mein Booster! Oh Gott! Heilige Makrele! Ich hab keinen Booster mehr! Heilige Makrele! Nein! Oh mein Gott! Ja, safe! Wir haben ihn gecleared! War super! Easy! Ja, guck mal! Jetzt kommt Christopher und macht der Heilige Makrele mäßig einen rein! Oh, ohne Christopher können wir hier nix! Der fliegt die ganze Zeit rum! Oh, sorry Nessie! Sorry Nessie! Sorry Nessie! Ach, kommt da ein Pinett zum Anschluss! Ja, sorry! Manchmal... Manchmal... Manchmal weiß ich nicht, was mir los ist! Hohoho! Oh Gott! Der ist gut! Der ist gut! Der ist gut! Den machen wir noch! Ja, safe! Heilige Makrele wie geplant! Krass, Alter! Krass fett! Was für eine Parade! Das ist auch mal so richtig... Aber was für eine Parade ist so richtig... Please die! Blödsinn! Oh Alter! Lauf bei dem! Aber der ist Anfänger, weißt du? 20 Punkte! Selbst Nessie hat fünfmal mehr! Ja? Nessie rockt ja auch richtig! Ja! Ja, aber richtig, Alter! Ich glaub es nicht, Mensch! Wow! Heulalala! Nochmal! Ich mich den Ball nochmal berühren! Nein! Oh Mann! Safe! Machen wir direkt noch ne Runde! Such sofort! Warte mal! Was war jetzt so? GG! Ja! Jetzt alle abdancen! Ich kann das nicht! Jetzt alle abdancen! Oh! Warte, ich hab die Beste jetzt! Die! Please die! Please die! Please die! Die hab ich den 100 Punkte bekommen! Was ist mit der?! Warte! Why? Mach ich so traurig, Smiley? Warte! Revanche! Revanche! Oh ja, komm! Geil! Revanche! Ist immer gut! Die da! Die da! Die da! Die da! What is your mom? Finish! Freitakt ist in jeder! Such mal ne Runde hier! Du bist jetzt oben! Ich mach's auch! Bereit! Du musst auch bereit machen! Du bist der letzte! Du Demo! Mach dich! Kack dich rum! Such mal ne Runde! Geht doch! Ich war vorhin schon aufbereit! Oh mein! Ich hab mein Voice Shit ausgemacht! Oh nein! Hab ich gesaved! Hab ich gesaved! Alter! Hallo! Hi! Hi! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Heilige Makrele! Jetzt ist das! Oh Gott! Ach so close! Ich bin im Tor! Ich bin im Tor! Du bist im Tor! Bei uns im Tor! Oder bei uns? Bei uns? Nicht! Heilige Makrele! Warte mal! Gibt es irgendwas? Komm, machst du eine Parade! Mach ich erst mal! Wie geplant! Schreiben wir einfach mal! Wie kommt der? Nein! Ack! Du weißt doch noch! Ja! Ack! 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 Oh Mann! Ack! Ack! Wir hatten den Rank hier! Das war einfach zu geil! Die! Ack! Was ist denn los bei dem? Der hat mal Aggression, glaube ich! Aggressionsprobleme! Dida! 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 Freitas ist hier wieder! Dib! Dib! Na diese komische Eurobeak! Oh nein! Ah! Ich hau den nochmal in die Mitte! Oh mein Gott! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Nein! Nochmal! Dass ich ja noch dran gekommen bin! Ich fahr mal nach hinten! Oh mein Gott! Ich mach den! Ja fast! Oh mein Gott! Den hab ich ja fast reingemacht! Hab ich den! Aber da war der mir zu klein! So lasch! Weißt du? Ja, Christopher! Das war nur, weil ich dabei war! Ich hab ihn von hinten gestützt! Heilige Makrele! Ich mach mal! Sorry! Sorry! Ja, auf jeden Fall! Oh ja! Sorry ist auch immer richtig, richtig alt! Ja, das ist nice! Geil! Geil! Aber das ist ja nur Team! Ja, ich weiß! Das hab ich gerne im Team! Wow! Das war im Play! Wow! 20 Punkte! Wow! Oh fuck! Oh Gott! Ich hab ihn verlängert! Ist doch geil gewesen! Der Devils-Typ hat wieder 0 Punkte! Der schreibt doch die Hälfte der Zeit nur im Chat! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Welches ist auch Sheedy da? Welches ist ein Aufgabe im Team? Nein! Alter, weißt du? Oh! Der ist doch schön! 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 Ähm... Oh Lord! Oh Lord! Das war so easy, oder? Ja! Ja! Schau's dir an! Wie geplant! Wie geplant! Läuft! Guter Pass! Heiliger Makrele! Oh ja, guter Mann! Die! Oh, der Devils-Typ hat schon 20 Punkte! Ja, der wird jetzt richtig krass! Pass auf, ey! Hab ich! Nein! Mein Boost! Ich brauch Boost! Ich brauch Boost! Oh mein... Hä? Junge, können die überhaupt irgendwas? Oh mein Gott! Kannst du überhaupt irgendwas? Ich hab auch gedacht! Rückpass! Was war das? Rückpass! Warte! Warte! Hab ich vorbeigelupft! Los! Mitte! Mit! Ich hab den... Ich hab den erfasst in der Mitte! Ja, ich hab... Weiter, weiter, weiter! Die sind alle bei euch da außen! Alle bei euch da außen! Ja, ja, ich weiß! Alter, als ob! Christopher macht das alleine, weißt du! Als ob! Wie geplant! Einfach mal! Heiliger Makrele! Guter Pass! Ich lobe mich mal selber, ne? Bisschen! Du musst guter Schuss und dann Danke danach direkt! Okay, danke! Hehehe! 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 Tadaaaaa! Erster! Okay! Brauche Brust! Brauche Brust! Wie kann man sich kalkulieren? Wie kann man sich das... Was? Ich hole ihn! Ich hole ihn! Ich hole ihn! Nein, mein Mittelfeld Pass! Ja, dann... Fuck! Oh, Christoph! Du musst doch reinmachen! Ja... War an Aki! An Aki! An Aki! Ah, so richtig... Ah, haben die einen Aki, ey! Oh mein Gott! Mitte! Mitte! Oh Gott! Ich wurde noch weggerammt! Ja, noch mal? Oder so? Okay, ich mach dich mal! Sorry! Ja, okay! Ah, da kommt mich hoch! Hör! Halt länger! Nein! Komm Nessi! Do it! Ja! Sehr schön! Ein ausgespielt! Haaaah! Hab ich! Oh Gott! Ich werd nur rumgeschoben! Richtig an Aki! Was? Neh mich! Oh Gott! Leg ihn in Richtung Tor! Brauche Brust! Brauche Brust! Brauche Brust! Brauche Brust! Was soll die ganze Zeit sein? Heilige Makarele! Braucht den Brust, ey! Heilige Makarele! Hey! Hey! Boah! Geil, Christopher! Ich hatte keinen Brust mehr! Was soll ich machen? Brauche Brust! Brauche Brust! Bin ich mir die ganze Zeit den Brust laut? Aua! Ich wurde wegge... 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 Warum springt der bei? Oh, nice! Heilige Makarele! Heilige Makarele! Oh! Schau die noch mal rein! Schau die noch mal rein! Hier, zack! Die selbe Idee! Hey! Brauche Brust! Oh! Nein! Ja komm! Pass! Pass! Oh! Heilige Makarele! Nein! Nein! Hier! Hey Macarena! Nein! Nein! Du hättest ihn nicht hoch machen müssen. Ja, ich weiss, ich weiss. Egal. Ist voll bad. Lobby! Warte mal! Der geht dafür ins Tor? Nein! Ich mach Wurst! Mach Wurst! Ah! Tos! Ah! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt noch mal! Verlänger den! Blöder Gegner! Verlänger den! Oh nein! Willst du nach dem Spielen? GG und? Jetzt alle Updancen! Oh mein Gott, ein Propeller! Oh mein Gott! Ich glaub's nicht! Oh mein Gott! Go fuck a cow! Willst du noch mal gegen die? Oh komm! Als wenn die noch mal wollen wir spielen! Ah komm! Ja komm! Ich mach die Folge! Heute kommt eine längere Folge! Wir müssen noch mal gegen die spielen! Aber nur wegen dem Go fuck a cow, ne? Also das ist... Also... Jetzt können wir... Ah! Yo my cow! Oh! So richtig! Dieser Smiley macht so aggressiv! Der ist echt... Yes! FBT! Faggot! Achso! Like it! Oh! Warte, warte, warte! Zu diesem... Oh, hab ich was richtig geiles! Warte, warte! Dann musst du's rausschneiden aus deinem Video! Ne, muss nicht! Warte, 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 warte! Das dauert... Die alle behindert, Alter! Ah! Cute! Oh, da ist ein Tee so viel! Warte, warte, warte! Cute! Was ist denn hier los? Komm! Oh! Jetzt hör auf! Hast du ja wirklich noch ein Rematch wollen! Oh ne! Oh, you touch my tralala! You touch my tralala! Das, das dürfen wir jetzt nicht verlieren! Okay, okay! Wenn wir das verlieren... Haben wir das erste gewonnen, ja, ne? Ja, ja! Wir haben beide deutlich gewonnen! Wir haben beide auch so locker! Hol ich! Hol ich! Hol ich! Hol ich! Ja! Mit Ankündigung! Alter, wie lange ich angefahren bin für das Ding! Warte! Oh! Hier! Hier kommt er! Hier kommt er! Ja, das ist für mich geil! Live! Live! Live mit YF! What the hell? Ja, du bist ein Hipster! Live is live! Mit meinem Propelna! Na 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 na! Na 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 na! Oh! Oh mein Gott! Jesus! Christ! Was passiert? Oh! Er wollte mich umfahren! Oh! 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 Er versucht mich die ganze Zeit umzufahren! Was? Hey! Versuch da irgendwas zu machen! Das ist mir nicht was! Das vielleicht! Okay, das nicht! Im Tor versucht der Typ mich die ganze Zeit umzufahren! Oh! Ah, jetzt ist er weg! Ist er langweilig! Oh Mann! Und... Pass! Oh! 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 Ball! Mach Wurst! Mach Wurst! Oh Mann! Bamm! Was? Ah! Warte mal, die sind Anfänger-Simi- Oh, die sind aber echt schlecht! Warum spielen die gegen uns? Warum werden die eigenen gegen uns? Das ist ja kein Ranking! Das ist ja ganz normal! Oh mein Gott! Nessi! Nessi ist... Nessi? Nessi! Nice! Ja, safest Ding! Richtig schon nach Schuss! Muss ich ja nicht mehr mehr machen, oder? Ich hab mit dem Tor, das reicht! Ja! Ja, oder? Dann machen wir erstmal... Heilige Makrele! Schön und heilige Makrele! Hätte ich jetzt auch nicht gedacht? Oh mein Gott! Der Devil... Guck mal, der Devil schreibt! Der fährt nämlich nicht! Ja! Da kommt gleich wieder was! Doch nicht! Als ob der reingeht! Nessi! Ja! Unser Goal-Getter! Nessi! Einer hat schon das Spiel verlassen von denen, ne? Ja! Stimmt! Soll ich sehen, dass ich jetzt abgehe, oder was? Ja! Jetzt, jetzt bin ich richtig gedemütigt von dir! Oh! Zwei sind aus! Naja, die sind gleich weg! Aber der Devil ist noch da! Oh! Oh nein, der Devil ist auch raus! Last, but not least! Nur noch KI! Ja! Ne, das ist ein Neurein! Einer, einer ist noch da von vorher! Der Jasch! Wow! Und der hat immer noch 0 Punkte! Ja! Geil! Mal schauen, die KI hat locker gleich mehr! Heilige Makrele! Oh, hups! Ey! Nimm ich mal mit! Nimm ich mal mit! Oh! Oh! Und damit hat die KI schon mehr! Ah ne! Ne, der holt die! Da kommt einer gerade rein! Wie bitter ist das? Du kommst bei dem 3-0 rein! Das ist schon... Leerwitter! Leerwitter? Was? Gewitter?! Gewitter? Was? Oh mein Gott, war das geil! Toll! Ah! Uh! You touch my Tralala! Ah, jetzt hab ich noch ein Orbum! Mm! Oh my Ding Ding Dong! Also richtig... Oh fuck! Oh, Outblade! Oh! Okay! Nein, 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 nein! Heilige Makrele! Ah! Hab ich! Hab ich! Danke! Wie ich über euch drüber gesprungen bin! Warte, warte, warte! Oh! Ja, nochmal, 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 nochmal! Komm, komm kurz! Ah! Nein! Der Flo ist wieder da! Nice! Er hat eine neue Runde gesucht und ist bei uns gelandet! Ah! Ist das geil! Welcome, welcome back! Welcome back! Mhm! You touch my Tralala! Das muss ich... Das muss ich... Das muss ich... Nein! Nein, hätte ich das gewusst! Wie kann man denn damit rechnen? Oh fuck! Muss ich eigentlich jetzt nochmal... Warte mal, ich stell mich mal kurz ins Tor und muss äh... Ah! Ah! Flo... Ah! Ah! Sorry! Touch! 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 Ach! T-U-U, ne? Nicht mit A! Touch! Oh Gott! Touch! Flo! Oh mein Gott! Flo hat's gemacht! Flo hat mehr Punkt als ich, bevor der gerade früher reingekommen ist! Jo... To... To... Boah! Bin ich gerade schlecht? Hallo Flo! Ja... Wie wird Touch geschrieben? Ich bin gerade richtig schlecht! T-U-U-C-H T-U-U-C-H J-U-U-C-H J-U-U-C-H Das sieht immer schon so aus... Mein Tralala! Joshs Abonnenten wissen schon, dass er Idiot ist! Ah! Sehr schön Chris! Sehr schön Chris! Weiter! Hä? Los! Nochmal! Nochmal! Awww... Okay! Ich mach's nicht! Hab ich auch berührt noch? Ja doch! Das wird was! Oh mein Gott! Oh der Flo! Nein! Flo! Flo geht richtig ab ohne seine Homies, geht richtig ab ey! Ohne die Wiggler und so hat er es hier richtig... Boing! Flip! Geh ich nochmal ran! Geh ich nochmal ran! Geh nochmal ran! Mitte! Nein! Was war das denn?! Was war das denn?! Der war nice! Also... Du hab's dir wirklich alle wegspielten! Sorry, ich hab den Pass nicht erwartet, sonst wär ich dran gewesen! Mann! Oh Mann, jetzt hab ich den... Komm, komm, komm! Mitte, 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 Mitte! Aber das war das nicht geplant! Nicht wie geplant! Ah schade, sorry! Ah! Das möchtest es auch geben, ne? Wenn schon wie geplant ist es auch so... Puh! Nicht wie geplant! Ja! Und? Heilige Makarele! Ja! Ja! Oh Gott! Hey Makarele! Hey Makarele! Hey! Ich glaub so ein Rocket League Let's Play bei mir wird aus... Oh! Oh! Ja! Am stehen! Oh mein Gott! Als ob ich den gehalten habe! Heilige Makarele! Oh, das war wie geplant! Scheiße! Ich wollt wie geplant nicht drücken! Der kommt aufs Tor! Oh mein Gott! Ja, ja, der hab ich! Hallo! Gute Arbeit, Schmidt! Hallo, Darkness, my old friend! Dann krieg ich nix! Dann krieg ich nix! Den hab ich auch! Easy Flow! Oh, schade! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich seh nix mehr! Oh nein! Der geht auf unser Tor! Äh, nein! Okay! Ich hab den... Danke! 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 Weiter! Oh, Heilige Makarele! Oh! Boom! Ich hab den Semelito getraut! 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 Ich bin jetzt verheiratet mit dem Nitro! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Nitros! Oh, ich flieg nur... Ja! 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 Nein! Nein! Oh! Oh! Oh Mann, oh! GG! Und jetzt alle Updancen! Wohohoho! Oh mein Gott, ich bin hinten! Ich bin der... Ich bin der Loser! So! Jetzt muss ich... Danke fürs Zuschauen dieser Folge! Danke! Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's in die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Cheerio! Okay! Ich würd gerne nochmal Heilige Makarele drücken, aber ich darf nicht! Oh nein! Heilige Makarele! Hm! Der Flo, alter! Richtiger! Streit! In llam Media!